Dann lasse ich das Kleinkalibergewehr mal gleich, ne? Habe ich noch am meisten Kugeln für... Ne, gar nicht, war für die 10mm-Kanone, habe ich am meisten Kugeln für. War das nicht auch gleich meine beste Waffe? 40 Schaden pro Sekunde. 13 Schaden. 7 Schaden, naja, das ist natürlich dumm. Ja, das ist natürlich dumm. Ah, naja. Passt schon. Das Ding habe ich gerade geschenkt bekommen von der netten Dame, also wollen wir das auch mal benutzen. Auch wenn der Zustand, den man da unten rechts sieht, anscheinend ziemlich scheiße ist. Aber, who cares, ne? Hat der Hund gerade sich an den Eiern gelegt oder so? Habe ich das nur gerade falsch gesehen. Ich hoffe, ich habe es nur falsch gesehen. Aber trotzdem. Tun ja Hunde so, ne? Psch, Cheyenne. Aus. Ach ja, das apokalyptische... Ey, Cheyenne. Lass Tani durch. Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Nicht wirklich. Wir müssen mit ein paar Gekos aufrollen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Gekko-Bisse als irgendwas anderes. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Okay. Den wollen wir mal ganz langsam heranschleichen. Da ist was froh, dass wir geklappt haben. Okay, Sie haben es raus. Heizen Sie ihn ein. Ach, da ist einer. Alter, ich hab... Boah, bin ich skillig oder was? Kann man die verwerten? Gekko-Fleisch. Mal einmal hin. Uh, Gekko-Haut ist sogar richtig was wert. Das ist ja super. Ich mach aus jedem Scheiß ihr Geld. Wenn ich es jetzt natürlich noch an den richtigen Händen erbringe, ne? Aber das ist ja nebensächtig. Das krieg ich schon noch irgendwie. Na? Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam raus. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Ja, wenn es ein paar Kronkorken wert ist, das sind ja die Währung, ne? Das sind ja die Währung. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Na, dann kommen wir mal mit. Ich lau vor. Oh, voll die krasse Armee hier. Der Rentner und... Sieht so aus wie seine Enkelin. Aber naja, auch egal, ne? So, jetzt ganz... Das war's von Überraschungsding. So, ich überlege gerade. Option. Spielmodus. Schwierigkeitsgrad normal. Okay, ne, ich wollte nur gerade gucken. Hat mich mal interessiert. Gecko-Eyes-Auffahrt-Ferb. Also mit damit. Immer mit... Immer schön alles mitnehmen. Die Schaufel hatte auch ordentlich Fährt. Kann man bestimmt noch gebrauchen. Kann ich... Wenn diese Geckos mal sterben würden. Okay, den Bein ist gerade schon der Kopf. Der Kopf ist gerade schon. Hoppala. So, so, alles durchsuchen. Ey, Dame. Ach du lieber Gott. Wenn Sie nicht vorbeigekommen wären, dann wäre ich jetzt sicher tot. Ich kam her, um Wasser zu holen. Aber bitte sehr. Sie sollten alles, was ich habe, kriegen. Sie sehen durstig aus. Oh. Akzeptiert. Wunderbar. Dann, danke. Vielen Dank. Ach, Freundin. Gehen geholfen. Leere Whiskyflaschen. Ja, leere Flaschen sind wohl nicht so viel wert. Da kann es mir mit dem Fan bleiben, ey. Radio aus. Wunderkleber ist was wert. Mit Metall nicht. Die Küsse ist leer, die ist leer. Nee, schade. Geht nicht. Das war richtig gute Arbeit. Am Ende wurde es sogar aufregend. Hier, ein wenig Taschengeld für Ihre Mühen. Eins will ich Ihnen noch zeigen. 50 Kronen gucken. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Oh, ja. In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Dann wollen wir mal. Schade, hast du es nicht. Geht das? Ja, doch, es geht. Wie bei Skyrim. Also ich habe jetzt meine Hände nicht, anders als der Tor. Halt den Tasten drücken und dann läuft er automatisch. Finde ich sehr gut. Gibt es hier was Cooles drin? Indiana Jones oder was? Wahrnehmung plus eins. Ja, hier mein Vault 21 Overal. Hat keinen Schutz, aber plus zwei Sprache, plus zwei Nahkampfangriff. Ziemlich gut. Ja, okay. Da will meine Vault 13 Ausrüstung nennen. Ich bin jetzt hier voll und so, ne? Indiana Jones. Voll nice. Hier sind irgendwo Gegner. Da. Wölfe oder was ist das? Kojoten? Oh, das ist nicht gut. Ihre Waffe ist in einem extrem schlechten Zustand. Zack bloß. Ey! Scheiß, Kojota. Warte, warte mal. Kojota. Ich muss kurz meine Waffe wechseln. Das Ding ist echt nicht mehr zu gebrauchen. Mach hitter. Fatscha! Ey, Kojotenfälle sind brauchbar. Komm her! Komm her! Äh. Eigenarten bearbeiten. Weiter, weiter, weiter. Warte. 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 Ach so, das kann ich nochmal alles bearbeiten. Ah, jetzt habe ich mir mal meine geilen Dinger gesnackt und jetzt kann ich das sozusagen wieder rückgängig machen. Das ist natürlich schlau. So. So, einmal. Einen kann ich noch. Dinger. Obwohl ich Intelligenz auch sehr wichtig finde, aber egal. Fertig. Nehme ich jetzt mal hier aus Wissenschaft zurück. Brauche ich nämlich nicht so. Und stecke das in... Welchen? Oder Dietrich? Ich finde Dietrich wichtiger. Oh, schwere Sache. Schwere, schwere Sache. Medizin und Sprache auf jeden Fall finde ich sehr wichtig. Und denn in... Keine Ahnung. Äh, Reparieren ist auch immer wichtig. Mach Dietrich. Dietrich ist immer gut. Gut, ja, wildes Ödland. Und... Ehe hier. Gutmütig. Fertig. Fertige Reise fortsetzen. Komm her. Der hat Angst vor mir. Ich gehe hier mal rein. Goodsprings Höhle. Oh, hier ist Blut. Das ist schon mal nicht so gut. Und Koyoten. Rote Koyoten. Wo ich mir das Fleisch snacke. Ganz viele Gegner da. Alles Koyoten. Weg mit euch. Keine Schnitte. Gegen die Machete. Oh, ein Baby. Oh, das trot mir jetzt irgendwie leid. Koyotenwelpe. Oder ist noch ein Welpe. Oh, ich habe ihn geköpft. So ein Shit. Oh, das tut mir ein bisschen leid. Aber ein EP ist ein EP, ne? Energiezellen. Plasmapistole. Was ziehe ich denn aus, ey? Wie ein Cool. Energiezelle. Korken. Leberpistole. Oh, ein coolen Hut. Korken. Wie klaut wird. Kampfmesser. Das Magazin. Na, alles mit dem, was man machen kann, hier, ne? Energiezellen. Pinzette. Spendhack. Danke. Was habe ich jetzt cooles alles bekommen? Oh, eigentlich nicht viel, ne? Lass mal Pistole und sowas, finde ich irgendwie cool. Jetzt habe ich schon zwei Laserpistolen, kann ich eine reparieren? So. Hat sich ja gelohnt, hier reinzugehen. Kann ich meine Machete wegstecken? Bin ja hier in Jana Jones. Ja. tschüss Jetzt wird das Video gesperrt wegen Gamer, weil ich in China Jones gesongen hab, oder halt die Teammusik. Da sind schon wieder Gegner, Koyoten ne? Ach wegen einem EP brauche ich nicht anhalten. Na das ist auch ein Gegner, bestimmt wieder ein Koyote oder ein Gekko, was anderes bleibt und Skorpion, ein Rinderskorpion, ein leerer Rinderskorpion, ich bin begeistert, hier sind auch ganz schön viele, Gegner, Bienen, öffne Grab, macht man nicht, wer fliege, wer fliegen, falsch, ist das wert, hat er mitgenommen, öffne Grab, Revolver, Kautabak, na mitnehmen, Opiumfrucht, Schneekugel, sie haben eine Sonneausgabe, der Mojave Sehenswürdig hat Schneekugel, die seltenen Vorkriegs Artefakte werden allgemein als wertlos betrachtet, aber es gibt Gerüchte, dass einige Sammler viel dafür zahlen, uuh, dann sollte ich so einen Sammler finden, am besten, ey ist das mein Grab hier, ja ne, ich glaub schon, na jetzt ist das Grab der Fliege, sieht ein bisschen wie mein Grab aus, ne, also aus dem Intro, Bockblumen, voll also zahl, macht man nicht, öffnet keine Gräben, Kinder, draußen, was liegt da, seht ihr das? Kann das Bär fliegen? Ne, ich glaub das sind Vögel oder sowas, sah nur komisch aus, ja Vögel, über Godsprings, hoppala, nix drinne, okay, merkwürdiges, oh, ich kann mal öffnen, Sunset, 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 einfach mitnehmen, kann ich mich noch dran erinnern an Sunset, Sassbrilla, dass die gut waren, wenn sie Vorräte brauchen, dann kann Chat beim Gemischtwarenladen ihnen helfen, wo ist dein Chat, das zieht nach, General Store, kann ich bestimmt was verkaufen, Gemischtwarenladen, Themanladen Vielen Dank.